Ich soll ja den Kraderberg hinauf, aber so wird es natürlich nix. Moment, ich kann ja hier runter. Habe ich irgendwas mit Kaskade? Surfer? Habe ich überhaupt Kaskade? Nö. Kann ich Kaskade eigentlich? Kaskade? Nicht Wikipedia, sondern eigentlich eher Poké-Wiki. Schon einsetzen, oder wollte ich dafür den letzten... Irgendwie steht das nicht genau hier, drinnen. Wird es hier? Fundort Sonneweg, Arenal Sonneweg, okay. Ich muss definitiv den letzten Orden erst... ...besitzen. Aber da ich da jetzt noch nie durchkomme, muss es ja irgendwie hier weitergehen. Moment. Bevor ich es vergesse. Dann surfen wir mal hier einmal rüber. Und dann können wir auch das Item mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Kann man wundern, dass ich hier nochmal hoch soll. Schutz wirkt nicht mehr. Einen haben wir noch. Einen normalen Schutz. Aber ich habe gesehen, es gibt ein Item. Wenn ich das dem Pokémon an erster Stelle in meinem Team geben will, dann ist die Chance, dass weniger Pokémon kommen, höher. Also da kommen halt weniger Pokémon. Fluchtseil. Ich habe ja noch eins, aber okay. Schutz wirkt nicht mehr. Wo haben wir das Item? Schutzband ist das. Das gebe ich mal. Shell Terra. Dann mal wieder ein Beleber. Okay. TM80 Steinhagel. Ein Klingklimm. Also gefangen haben wir es noch nicht. Ich glaube, wir haben es schon mal irgendwo gesehen. Ich kann mich so ganz dunkel noch daran erinnern. Das können wir ja nochmal einfangen, wenn wir das hinkriegen. Meisterball setzen wir aber nicht ein. Gefangen. Klingblimm. Das Glöckchen-Pokémon. Jedes Mal, wenn es hüpft, entsteht ein klingender Laut. Seine hohen Schreie machen die Gegner taub. Okay, hier komme ich her. Das heißt, hier muss ich nicht hin. Ich habe ja einen... Habe ich einen Bronzel gefangen? Ich habe keine Ahnung, aber Bronzel fange ich jetzt definitiv nicht. Ich habe gesagt, ich fange es nicht. Da geht es auch schon wieder raus? Hä? Ich kann ja mal gucken, was da lang geht. Okay, hier gibt es ein Item. Immerhin etwas. Pippee. Pippee. Ist zwar auch eine Weiterentwicklung von einem Pokémon, aber das ist ja ein Bibi-Pokémon und... ...die kriegt man ja meistens nicht so ganz einfach. Da muss man denn doch mal züchten, um die denn noch zu bekommen. Na, Metronom, was kommt denn jetzt? Klar. Genesung zum Treuen. ... Giftschweif Das soll ein Volltreffer gewesen sein Alles klar Nehmen wir das mal so hin Metronom Okay Ich setze mal einen Ball ein Mal gucken Wir fangen Pipi Das Fee-Pokémon Es fliegt, indem es mit seinen Flügeln schlägt Dabei sammelt es Mondlicht Es ist schwer zu finden Moment, da ist eine Höhle Muss ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich doch, wenn ich da rübergehe Hallo, Dubstep Dubstep Die Clan Willkommen Ja, doch So, so Und dann Nach oben Aha Sieht so aus, als wenn ich richtig bin Uns rüppeln Wurden zwei wichtige Aufgaben gegeben Die Sicherstellung der Operation am Berggipfel Und Er ist die erste Aufgabe Nummer zwei Befiehlt jegliches Störenfriede unschädlich zu machen Ja, jetzt langsam werden doch die Gegner etwas schwerer Ja, jetzt langsam werden doch die Gegner Und dann הק Hessischen Guillemin Das Modeste Europa Das Modeste Das Modeste ? Was Is I Want Liberty People Ja, das sollte langsamer besiegt werden, sonst ist es so doof. Okay, ich verstehe deinen Trick. Das ist Gigasauber, dein Trick. Ich mache deinen Megasauber. Und hör auf, dich in irgendwelchen nervigen Pokémon zu verlieben. Es ist nur ein dämliches Papinella. Okay. Machen wir es halt so. Machen wir es halt so. Aber man besiegt. Ich kann das nicht akzeptieren und ich will das auch nicht akzeptieren. Äh. Unsere Zeit ist gekommen. Die Zeit der Steam Galaktik. Du hast nur ein Pokémon. Und das ist nur ein Bronzel. Das sollte ja noch zu machen sein. Ich merke einfach, dass Schleraptor mehr kann als Schellterra in manchen Situationen. Jetzt gehen wir einfach mal die ganzen Attacken durch. Und merken, dass eine Attacke daneben geht. Äh. Ey. geht doch ja toll wahrscheinlich bringt das jetzt alles nicht mehr so viel hier bei rasierblatt ist hier eine spezielle attacke das bringt trotzdem nicht so viel ich muss tatsächlich das pokémon wechseln so 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 Was haben wir hier noch auf dem Discord? Ah, Rom & Go-Spieler, ja, ja. Wenn man in einem Pokémon-Stop wohnt. Und dann war da noch immer Log-Modul einer. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Wenn ich auf dem anderen Discord mal wieder runtergenommen habe aus der Lisse. Sehe ich ja nicht mehr. Oh. Ich will nicht durch das Gras rennen. Ah. Da konnte ich super umlaufen. Links oder rechts? Oder in die Höhle rein? Ich könnte da auch einmal nach oben gehen. Ey. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich rollen? Ripp. Okay. Jetzt reicht's mir. Beutel. Medizin. Top-Trunk. Einsetzen. Und Benz. Ich setz jetzt hier einfach Krackslein. Vielen Dank. Um. Beutel. Ja. Du侃 sind jetzt mehr Euroaxend. Ja. Va. Da sind habe ich mit ihnen malanya. Voneta entity. Bis später.